Du willst aller... Ich will allerbeste sein. Ah, Freunde, jetzt hab ich's wieder. Das geht. Heute spielen wir Memory. Und passend zu dem Event, wo wir auf Köln waren, Freunde, und was Odoman sich sechs Stunden reingezogen hat auf Twitch, Digga. Das war krass lange. Spielen wir heute Memory im Pokémon-Style. Freunde, bevor das Video losgeht, immer gerne ein Abo dalassen. Ihr wisst, momentan schwierig. Immer gerne ein Like und ein schönes Kommentar schreiben. Ich lese mir alles durch. Ich gebe aber nicht jedem am Herzen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go. Und mit dabei ist heute Odoman. Wer von euch ist Odoman? Das ist Odoman. Ich hab zu viel Milch gedruckt. Mich ist Gift, Digga. Weißt du doch von ungemüßig. Ich hab Mich ist Gift. Gebaut von Marius. Kuski draus. Danke für die Map. In die Fresse. Und? In die Fresse. Oha. Eins gegen eins. Odoman gegen Marius. Boom, Digga. Ja, Marius. Das sah schlecht für dich aus, Digga. Okay, wir müssen auf Odoman schießen. Oh mein Gott. Du kleine Hund. Sag mal, ich feier die Relaxo nochmal, Digga. Das ist zu wild, die Relaxo. Ich fang dich, Relaxo. Du kleinen Hund. Äh, ich kann nicht schießen, ne? Ich kann nicht schießen. Jetzt. Oh, ich muss dir einen Headshot geben in der Luft. Oh mein Gott. Warte mal. Jetzt haben wir wieder diesen Bug? Ne. Es gibt ja so einen Bug, wo man nur im Spring schießen kann, Freunde. Okay, Memory wisst ihr ganz normal, wie es läuft. Odoman, hier haben wir ein No-Scope-Battle. Es gibt nur ein Feld, wo No-Scope ist. Okay. Wenn du das findest oder ich, müssen wir direkt reingehen. Hier haben wir Fight und die Waffen spawnen hier drinnen, sozusagen. Okay, okay, okay. Und oben ist der Reset-Knopf. Du weißt ja, wie es läuft. Der Wild. Nice gebaut, Marius. Dankeschön dafür. Ich nimm mal einen Spawn-Point, falls ich nicht irgendwo anders wieder spawn. Odoman, du bist, äh, du bist Gush. Du fängst auf. Ja, okay. Oh, 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 Railgun. Guck jetzt, guck jetzt, muss Stripe. Wo ist sie? Oh, Scar. Okay, wir müssen uns die merken, Freunde. Reset. Reset. Ich nimm zwei andere. Oh, ein Goldensjacke mehr. Das brauch ich, Digga. Okay. Zack. Double Pistols. Müll. Okay, du bist bereit. Ja. Puff. Oh. Okay. Ihr gebt nur heftige Waffen. Der Fight wird wild am Schluss, Ron. Ich sag's euch. Guck mal, der ist genau daneben. Guck jetzt. Okay, doch nicht. Mörderwaffe. Mörderwaffe. Okay. Gut, dass die bei uns nicht mal mehr Schein geläffelt pissten, sondern einfach Mörderwaffe heißt. Ist so. Goldene Pump, Digga. Das sind ja nur heftige Sachen. Ich schwöre. Das war die Scar, André. Wie lost war das gerade? Ja, das war übel lost. Und. Bum. Oh. Nein. Nein. Aber weißt du, was noch ist? Das ist vergessen. Weißt du, was noch ist? Was ist, was noch ist? Äh. Ich wollte nicht schießen, ich schwör. Bist du dumm. Ich hab einfach meinen Finger so abgelegt. Du fettfingert. André. Ach, Digga. Das ist das Problem, wenn man fette Finger hat. Nein. Ich hab's ges... André? Hast du's gesehen? Guck mal. Und jetzt. Guck mal. Und jetzt. Du weißt es nicht mehr. Er weiß es noch. Die Waffen sind hier in dem Ding drinne. Du musst da reinspringen. Achso. Ich fang dich, Odovan. Ah. Und hier kannst du sie dann entnehmen, sozusagen. Achso, okay, okay. Dann müssen wir aber erst noch raus, weil ich weiß noch weitere. Guck jetzt an. Sorry, Digga. Guck jetzt. Okay. Guck jetzt. Guck jetzt. Digga, what the fuck? Ich lese mich nicht aus. Ja, aber das heißt nichts, Digga. Au. Was hast du geöffnet? Die hatten wir noch nicht. Die hatten wir schon. Doch, ich hab die geöffnet. Hut. Ii. Ii, okay. Okay, warte, warte, ich muss mich überlegen. Double Pistols, Rocket Launcher und... Ja, ich bleib hier stehen. Oh shit, du hast alles resettet. Ich hab schon, ich hab schon. Rocket Launcher. Du hast aber alles resettet. Ah, jetzt, wenn du's nimmst, geht's weg. Jagdweck und Double Pistols, Digga. Nice gemacht, Digga. So ein Ding nämlich, Digga. Okay. Guck, komm, Junge, komm. Wo soll ich das denn wissen? No Skopettl, das hat meinen Arsch gerettet. Das hat echt deinen Arsch gerettet. Okay, komm jetzt. Ich komm jetzt, Digga. Komm jetzt. Okay, warte, du musst erst mal ne Waffe nehmen. Ich hab eine, ich hab ja schon eine. Hast du? Ja, ja. Okay. Bist du ready? No Skop. Bist du ready? In die Fresse. Ah. In die Fresse. In die. Oh, ey, Digga, was ist grad los mit mir, André? Was ist los mit Odomann, Freunde? Was ist grad los mit mir? Gewinner hat ein Leben mehr im Fight. André? Digga, das bringt dir zwar nix, aber ist weg, Digga. Ich sag dir so, es bringt mir mehr als dir. Aber was Ding ist, was machen wir jetzt? Jetzt hab ich noch ne Chance, ne? Ja, ich würd sagen. Ne, ne, guck, jetzt ist das noch auf. Jetzt hab ich noch ne Chance. Stimmt. Ich sag, hier. Junge, was ein Schmutz. Ich sage, hier. Oh. Ah, die Railgun. Du spielst nicht mehr mit. Ich spielst mit Marius. Wo ist Marius? Der ist da oben im Pokerball. Ah, der hat die Map gebaut. Marius, komm doch nicht. Wo ist der? Da oben. Bist du ready? Bist du ready? Ja, ich bin ready. Boah, stell dir vor, ich zieh dich zu null ab. Warte, das öffnet sich nicht. Hä? Jetzt. Uh, die Waffe ist wild, Digga. Okay, ich darf mir die Railgun holen. Du darfst dir die Railgun nehmen. Das war wieder klar, dass ich wieder nichts krieg. Ja, dass du gar nichts kriegst. Ich hab aber schon vier Waffen, André, Digga. Was sagen die dazu? Okay, was machen wir, wenn ich keine bekomme? Mit Schmitzhacke oder was? Nein. Muck nicht. Nein. Okay, warte. Okay, der Run. Oh. Du weißt, wo sie ist, André. Sagst du, du weißt, wo sie ist? Nee, ich glaub nicht. Ich glaube, die war direkt daneben. Ich glaub, die war daneben. Oh mein Gott. Welche konnte ich mir jetzt nehmen? Du durftest dir... Ah, die goldene Pump gun. Die goldene Pump, ja. Das ist strong, Freunde, nimm mich. Ich geb dir noch eine Chance. Gibst du eine Chance? Ich geb dir eine Chance. Okay, komm, No-Score-Battle. Komm, komm. Wir machen es so, wenn ich No-Score-Battle gewinne, dann gibst du mir eine Chance. Wenn nicht, dann nicht. Komm. Oder man gibt mir eine Chance. Und so können wir ein bisschen strecken, weil wir sind bald fertig und haben fünf Minuten. Okay, sag mir, du warst fast. Okay, ich hab Waffe. Vielleicht. Digga. Aber ich sag dir. Was? Was? Oh mein... Nein. Das darf nicht sein. Nicht zweimal hintereinander. Das ist nicht gut. Oh, oh, es ghosted. Oh mein Gott, ich hab nicht so... Ich auch nicht. Ich bin so schlecht. Oh mein Gott. Wie viel AP? Ghosted, schon wieder. Oh mein Gott. Oh, hallo? Hallo? Ich hab gewonnen. Brief? Was denn? Ich hab mit Pumke... Äh, mit... Ich hab mit... Ich hab mit Snipern geschossen. Komm, mach. Mach. Du hast eh keine Chance. Komm, Junge. Ich hab nicht mit Pumke geschossen. Was redest du? Ja, hast du nicht. Komm. Vor allem, ich gib's danach selber zu, wie so ein Idiot, Digger. Okay, was ist meine Chance? Do it, Digger. Deine Chance ist, du darfst nochmal. Darf nochmal? Darf nochmal. Okay. Jetzt vergeig's nicht. Warte, 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 warte. Du wusstest, wo eine Waffe ist. War hier die Scar? Ja, hier war die Scar. Gerade war hier diese goldene, ne? Genau. Und hier. Yes. Let's go. Let's go. Hier war Flintnock drinne. Ja. Oh, der über den... Hier war lila Scar. War lila Scar, ja. Dann muss die andere lila Scar hier sein. Nein, aber das ist Schalldämpfer. Die war doch hier oben links, glaub ich. Ja, perfekt. Yes. Hä? Ich hab sie. Du hast fünfmal geöffnet. Was redest du? Nein, ich hab hier goldene. Ja, und die goldene. Und dann hast du hier... Warte. Dann hab ich da die Schalldämpfer. Nee, 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 geht durch. Ja, war's los. Na ja, war's los, Digga. Okay, mach weiter. Zieh dich ab, Digga. Okay, ich will die goldene Scar, Mann. Ich brauch die. Du brauchst die, Digga. Hier. Hallo? Ich seh nichts. Hä? Ich auch nicht. Bis noch mal. Ah, nein. Let's go, Digga. Okay, 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 okay. Gleich geb ich dir ne Chance. Nicht du mir, Digga. Kein Problem, Digga. Oh, Tommy Gün. Oh, Tommy, die hatten wir. Wo ist sie aber? Tommy Dunn, die war hier. Was? Digga, ich mach Ende. Ich mach Ende im Gelände. Fett, die Kind. Ah, ich weiß nicht, was war hier nochmal? Boah, ich glaub, hat das... Haben wir das doch schon geöffnet? Ich glaub nicht. Doch. Oh mein Gott. Ah, warte, bevor ich kaputt mach, goldene Scar und Schalldämpfe. Ja, Schalldämpfe nämlich eh nicht, aber ich nehm die nur, damit's weggeht. Ich glaub hier. Ja, es war falsch. Okay, warte, noch nicht resetten. Ja, ich sag dir nur, Scar, Schalli und die Urzeitwaffe. Scar und die Urzeitwaffe. Dann muss ich noch die Schalli nehmen. Genau, und die Schalli. Wo ist die? Da. Genau, okay. Reset. Reset. Okay, Apple, bist du bereit? Jetzt ist nicht mehr viel da, Digga. Jetzt ist nicht mehr viel da. Boom. Flint Knock. Guck dir jetzt mal fertig, Digga. Hier hinten. Mach's fertig? Guts, Digga, Flicka. Ja, okay, okay. Jetzt pass auf. Die hier? Ja. Hä? Drum Gun hattest du doch auch. Stimmt. Oder? Doch, doch, ja, ja. Doch, hattest du. Warte, ich mach, nimm die auch kurz weg. Wo ist die, wo ist die, wo ist die? Da. Ja, okay. Äh, ich hab Flint Knock. Das darf ich nochmal schießen? Das hier war, oh, wo war das? Boah, das ist, ah, okay, nice. Dann fehlt nur noch die und die. Digga, hat einfach beendet, aber das sind alles Müllwaffen, ne? Das sind echt nur Müllwaffen, aber? Willst du die einfach liegen lassen? Nee, ich nehm Flint Knock mit. Boah, Flint Knock ist wild. Wir sortieren mal unsere Sachen hier. Zack, die nimm mir nicht mit. Ja, ein Plut, Digga, ich sag dir. Wir machen noch ein Moskow-Battle, Digga. Doch, meins. Ich glaub, wir müssen noch eins machen, Digga. Wie viele Minuten haben wir? Ich hab vier Leben, überleg mir. Überleg mir. Überleg mir. Okay, geht los, oh, ich schummelt. Okay, geht los, oh, ich schummelt. Oh, ein Wunderbar. Ach, Digga, übel schummelt. Wer jetzt gewinnt, ist einfach cooler. Achso! Ja, Bro! Halt's Maul. Digga, muck einfach nicht. Digga, komm, battle jetzt. Wir gehen zurück. Komm, battle jetzt. Komm, battle jetzt. Ich hab vier Leben, du hast drei. Ja, okay. Team 187. Team 187. Du gehst 187, ich geh vier, komm. Okay, let's go. 187. Oh, wilde Fight Map. Fette Onyx-Land. Wo bist du, Digga? Wo bist du, Digga? Wo bist du, Digga? Komm, Digga, wo bist du, Digga? Bringt nix, wenn du mich triffst. Wollte ich dir nur sagen. Bringt nix, wenn du mich triffst. Ja, schrei nicht, okay? Nein, geh weg mit deiner... Komm, get on my level, Digga. Gebt doch meine Unterhose, Digga. Wie hab ich noch verloren? Wo bist du, Lann? Wie hab ich noch verloren? Sag mal, du bad. Okay, ich hab einfach Jacke mehr mit. Gib mir mehr? Alles gut. Aber Jacke mehr mit. Ja, mit. Ja, chill doch da, Busch. Nein. In die Fresse! Oh! Muck nicht. Okay, ich bin drei Leben. Du hast zwei. War's los? Stimmt. Komm, Lann. Wenn du ein Mann bist. Sack, Salada. Jetzt hast du nur noch zwei Leben. Jetzt hast du nur noch zwei Leben. Alter, geh mal weg von meinem Spawn. Du bist so ein Hund, Digga. Es ist so unfair. Okay, ich bin weggegangen. Alles gut. Ich hab auch ein Leben. Ich werde dich hops nehmen. Oh, ich hab dir noch nie einig geklebt, Digga. Kleiner Hund, Digga. Okay, eins gegen eins, Digga. Eins gegen eins. Dann wird's gewinnen, Digga. Schalt's unten in die Kommentare, Digga. Warte, lass mich dich mal killen. Warum? Lass mich dich mal killen. Warum? Wir machen, dass wir Full-Life-No-Score-Battle haben. Okay, okay, komm. Ich bin hierher. Wie viel Leben hast du? 60 oder so, ne? 112. Und, Freunde, das war's mit dem Video. Hallo! Ich hab ohne meinen Spaß. Wir machen ein No-Score-Battle. Okay, No-Score. Aber ohne No-Score. Also No-Score. Hä? Ich sag doch No-Score. Mit No-Score, mein ich. Halt's im Maul, Digga. Okay, mit 100 Leben. Wenn ich jetzt noch gewinne, dann hab ich alles gewonnen. Dann hast du alles gewonnen. Hier raus aus dem Busch. Oh, nein. In die Presse. Scheiße. Freunde, wenn euch das Ganze gefallen hat, immer gerne ein Like da lassen. Kurz geht raus an Mario für die... Mario? Marius für die Map. Wenn euch das Ganze gefallen hat, wir sehen uns morgen. Ciao!